hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von mir mega projekt ist wieder mal am start so 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 ist das leben ich muss mal schauen wie viel festplatte ich noch ob 8 27 gb reiten passt noch 19 von 167 18 50 oder so also ich glaube ich ist schon bald mit 100 gb oder so ja also ich sag mal ne wir sollten eh mal aufnahme pause gleich machen war gleich nach dieser folge koppel brauche ich nicht sobald ein uhr doch schon ich dachte erst mal anders die mörderhülle ist nicht aber hier jetzt kommen wir brauchen oder war so jetzt verbrauche ich immer komm es dauern vielleicht haben mich einfach mal so hier ist auch schon aus die hölle kannst du für mich kannst du für mich du bist ja jetzt da die erde oder warte ich mache das schnell selber kann ich finde ich hab ja bei mir marble würde ich marble boden nämlich machen das normal da oder was also da ja ich habe jetzt hier runter gekommen jetzt habe ich schon wieder kohle am start hier davon bräuchte ich auch irgendwann mal ein bisschen noch ja sagt bescheid ich habe genug ja noch reicht es das skelett läuft so guckt zu mir und fällt erst mal so fett runter so richtig geil wie baut man eigentlich die meinung turtle dafür brauchst dann mussten wir nur bei two main items sucht einfach meinung turtle er kriegst du die anderen siehst du es braucht ihre steps und immer mehr so mini turtle dann einfach suchen uranium hat minen minen buchador mini turtle min meinung turtle nein es ist lecker es ist lecker ach so er ist tot ein bogen nice meinung turtle wie sich das kraft das crafting reception mit der maus drauf gehen und dein rest und dann er drücken ach so okay siehst es aber wenn ich dann muss man klicken ach keine ahnung okay ich weiß schon was meine turtle meinen lasse am anfang von der schlucht hier für 17 worte sagt ich jetzt kann die herauskriege auf feuer was was fristen eigentlich die meinung turtle ja nur so ein bisschen also so viel frist nicht eine spitzhacke wenn es geht wenigstens eine saphir spitzhacke die heile sein muss ein bisschen eis und so aber sonst nicht viel und robber ok ich meine ich meine jetzt mal kannst du dir auch unter meinen grundstück mal hinsetzen ich brauche ich genau okay ich hab noch einer ja wäre werner habe ich jetzt richtig mehr setzt auf feuer glaube ich mich hier gleich irgendwo hoch hier hier und zwei stecks reichen erst mal aus könnte ich gleich meine meinung turtle da so unterloft lassen doch das hat lange na klar lassen wir das so jo ich glaube ich gerade mal hier kurz nach oben damit ich gleich noch einen einschließpunkt haben und ich übersehe so viel die saphire gerade an der seite rumfliegen mussten wir auch gleich holen wird nicht unter wasser wird nicht unter wasser du scheiße ich weiß mich dann tief achso ich bin in der schlucht ach du kacke ich bin ja noch mal in der hülle hier lande sondern abend mach ich mal ok dann würde ich aber meinen dass du da ein bisschen kohle dafür raus rückst nach wie dem einen titel kohle zum laufen oder halt lava was willst du denn dafür haben wenn da so ein bisschen eisen rausspringt müssen eisen ok ein bisschen haben ja nö bei dem einen titel die geht ja nicht kaputt ich brauche ja du kannst ja also bezahlt er quasi die kosten dafür dass sie es machen denn ich bin ein bisschen dafür reicht eigentlich jo oh leg 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 grad bei mir auch nicht scheiße ich glaube ich glaube ich gerade bei dem berg hoch oder ja ich bin gerade auch für 81 schon jo oh scheiß drauf warte mal kurz so ok gut oh leute nein was mein jetpack ist ausgegangen kacke ja nicht schlimm ich habe meine geilen boots alter ich habe jetzt mal eine folge zwei drei vier fünf sechs sieben bis jetzt die achte mit dir alter den habe ich insgesamt schon 19 19 folgen alter ich glaube ich habe noch mehr ja lecky lecky alter boah ey das kann ähm das kann aber auch sein dass meine festplatte weil die ja so voll ist da es jetzt auf einmal rumspackt ok ja man ach du kacke so meine lieben freunde und da bin ich wieder nach dem kleinen cut hier so und weiter geht's ja ihr seht ich bin eben gerade wieder auf dem server weil ich feed the beast neu gestartet habe und ja ähm der kipato der ist leider nicht mehr drauf weil der jetzt ähm seine aufnahme gestoppt hat ja ja ich muss ja mal hier gucken hier und dann manchmal ein bisschen auf co-kommentator joo also dann manchmal die ersten vorbereitungen zum rindern ja mach das du musst ja eh schneiden und alles ne also boah das wird so mies vor allem bei den äh bei der siebten folge mit ende so danach kommt eine 1,16 stunden folge die muss ich jetzt so finden wo das äh also das ende von folge sie wurde es denn in der folge also von der 1 stunde noch was video material dann aufhören also das muss ich noch rausfinden wo der anfang des ende ist ey könnte ich kotzen aber naja ich wollte eh noch da 3,4 weil eine 46 minuten folge ist ich will keine 46 minuten hochladen ok 57 47 ja was man nicht für seine abonnenten tut ne also mhm mhm so das klatscht daaaan das gute es ist eigentlich schon fertig gerendert bloß ich will es halt noch teilen wieso fertig gerendert oh ja eigentlich ist es fertig gerendert bloß ich will habe ich jetzt um entschieden anstatt 47 hochzuladen äh 2 ähm ja eine 23 minuten folge und eine 24 folge ach so also jetzt nochmal rendern so gesehen jo warte ich muss das bild mal ein bisschen hoch machen hier ja jo also dann geht es bei mir hier weiter wie immer nein ja scheiße bei meinen videos sind jetzt ähm 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 so eine schwarze render so unter und oben ja 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 musste ach so musste auseinander erst ziehen kann ich ja nicht mehr ach so doch ja ok 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 kein pein nicht mehr also muss noch ein bisschen irgen hier mit Camtasia ach ne so ok wie gesagt ich werde mein haus auf altmodus machen so so ah fuck ich habe ja noch nicht mal wo dafür muss man dafür muss ich keine eisen verplempern so meine lieben Freunde so warte gleich fertig ich glaube die anderen werden staunen wenn die wieder raufkommen wie viel wir schon gemacht haben vor allem ich ist ja schon leicht heftig was ich schon hinne jetzt mal tapp schnell ja mit meinem haus ich bin der erste mit dem haus naja ich bin der zweite ja also nicht der erste und egal ich glaube ich mache hier so dann hier noch ein bisschen ah fuck weise oder doch reicht ja so so dann da noch ein weg 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 ich mal wieder zu holz dann wieder hoch so ok wie geil das aussieht bis jetzt so ich glaube ich habe es endlich gefunden wonach ich jetzt gesucht habe also warte wieder geben da 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 ich finde das leicht irgendwann leicht habe ich Na egal. So, im Dembo mache ich den Eingang. Warte mal. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Neun. Zwei. Vier. Also hier so. So, wir machen hier zwei. Also hier so den Eingang. Nämlich erstmal alles hier weg so. Schau ich so an. Lassen. Wie ich gerade gemacht habe. Weil Drago so gesagt hat, wirst du, dein Lachen macht mir so angst. So, okay. Naja. Naja, ich muss hier erstmal ein bisschen hier so noch. Ah, ne Fackel. Und da. Boah, jetzt bekomme ich so ein scheiß Piep mal, Alter. So, dann das noch weg und das noch weg. Ich glaube, mein Haus muss sich noch erweitern. Mann, das weg und das dafür. Mann, so weg damit, weg damit. Oh, irgendwie doch nicht. Äh. Nämlich, wie mache ich denn das. Ach, ich glaube, ich glaube, ich mache die dann in den Keller. Zuerst ist, ja, ich lasse, ich lasse die Kisten erstmal so. Ich weiß so, komme in meiner Wohnung denn so rein. Hab schnell, vor mir steht ein Bett, daneben im Ofen und so. Boah, nice. Ja, passt doch. Jo. So. Habe ich denn noch eine blaue Hacke? Oh. Oh. Ich glaube mal, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Was für einen? Ich suche die ganze Zeit das Ende von der Ehenfolge in einer falschen Aufnahme. Hehehe. Heardbang. Bang. So, okay. Okay. Ich muss hier nochmal hoch. Ich muss hier. Boah, irgendwie habe ich jetzt richtig... Nee, da bin ich mit Alex. Nein. Leute, äh, Patrick, du bist kurz alleine. Ich muss mal kurz was machen. Und was? Ja, ich muss eher die Aufnahme jetzt cutten, Deswegen ist das eh kein Problem So, das war's Dann mit meinem schicken Aber feinen Haus Ich verabschiede mich mal wieder Euer Kümmer zu 13 Wir sehen uns, ciao